Hier sind dann teilweise Musiker. Das ist ganz hinten bei der Außenalster da. Eine schöne Lounge. Hier kann man sogar auch ein Cocktail-Cognakchen. Was man möchte, kann man sich hier bestellen. Und ganz schön gibt es das mit ein. Hier gibt es teilweise speziell Bettenbessere oder auch spezielle Stücke. Das kann man machen, wie man möchte hier. Einfach super lecker. Und heute haben wir hier Abu Dhabi. Heute sind wir in Abu Dhabi. Morgen geht es nach Marei. Morgen geht es in Marei.